Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christuskind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen. Beim Spazierengehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christuskind. Wenn sie nicht im Kaufhaus stehlen und nicht ihre Eltern quälen, wenn sie sich nicht schmutzig machen, nie über die Lehrer lachen, auch nicht mit dem Feuer spielen. Nie nach bösen Buben schielen, bringt es ihnen Weihnachtsglück. Und ein schönes Kinderstück.